so die shredded vlogs fangen an ich habe nichts mit mixed body shop zu tun hier werdet ihr im internet von werbung verfolgt seht ihr das ist eigentlich nur die stern tv seite so hier 22.2 2015 was ist denn hier los moment zack jetzt gehen wir hier auf die waage ich habe nur boxershorts und socken an die cam wiegt so viel 500 gramm also 79 kilo startgewicht wuchtel kein wischtel sondern ein wuchtel zurzeit die form für manche ist gut also ich fühle mich extrem schwammig der akku ist auch gleich leer ihr seht das ganze wird natürlich auch von body media begleitet mein kalorien tracker der akku ist bald leer also das ganze wird hier noch weg gehen so viel habe ich jetzt noch nie gewogen ihr seht in diesem vlogs was ich esse wie viel ich wie viele kalorien ich verbrenne oh der akku geht leer scheiße was für ein defizit ich fahre was ich so esse welches sapst ich nehme in der diät was ich direkt nach dem training esse was mache ich wenn ich auswärts esse das mache ich ja alles noch esse ich nur vollkornprodukte oder nein natürlich nicht ich esse auch sowas wie shreddys noch im shred shreddys passt von daher wenn euch das ganze interessiert verfolgt die serie und ja ich zeige euch dass es mit kohle gerade auf jeden fall richtig übel schwelle ich bin gespannt was hängen bleibt ich habe 11 kilo mehr wie bei meinem letzten wettkampf also ich lade jetzt den akku und dann seht ihr so was ich jetzt nach dem training so esse ich gehe dann gleich ins training also bis gleich wo ich war schon zu gier ich habe einen teil meines frühstücks jetzt schon reingehauen aber ihr seht trotz defi habe ich mir so dinge jetzt trotzdem rein wo haben wir sehen das sind ja 84 gramm prozent vollkorn von daher sehe ich das jetzt nicht so eng außerdem war ich ja gerade im training und jo das ist halt so eine typische post workout bombe die schmerz mache hier ein smoothie aus früchte und way dann wie gesagt hier werde ich immer zwischen dinkel haferflocken shreddys oder weder bix ja ich lasse heute fette weg das heißt ich mache jetzt nur noch schmeiße nur leinsamen schrott die haben ja kaum fett sind aber omega 3 fett soll dann noch paar assai würfel rein aber das muss lasse ich heute weg weil ich mit dem kollege also mit dem marco gehe ich noch nach mannheim wir werden dort auswärts was essen also sparen wir voll fette ein ich zeige euch dann den teller wenn er fertig ist so läuft schon das wasser im mund zusammen jetzt seht ihr jetzt noch mal was alles drin ist zack der smoothie mit dem way dann die shreddys schoko assai würfel und bananenscheiben und leinsamen schrott natürlich jo wie gesagt das muss lasse ich jetzt weg wie gesagt trotz defi gehe ich auch auswärts essen ich packe das wahrscheinlich dann mit in diesen vlog rein oder es kommt in einem anderen aber dann seht ihr das ja wie ich dann vorgehe und später seht ihr auch noch die makros und was ich verbrannt habe ich arbeite ja hier dann bade die media zusammen während meiner defi ich pass halt jeden tag genau an ich lasse gar nicht zu dass mein stoffwechsel an eine kalorienmenge gewöhnt es halt bei mir ist an jeder tag anders und also es ist auch jetzt kein großer aufwand also mir liegt die defi phase mehr wie die aufbaufase ja ich hunger nicht nehmt trotzdem ab also bis später so shreddys vlog 1 naht geht langsam vorbei für euch also bei mir geht es auch auf die nachtschicht und ich zeige euch mal kurz was ich mir noch mache ich mache hier einfach kartoffeln die ich koche ja ich verwende diesen reis mache mit dem reiskocher viel nudelreis alle dann habe ich hier nur ein küchengerät rumstehen ich mache mir jetzt ganz einfach noch kidneybohnen überhaupt nicht kulinarisch heute einfach nur um meine makros kalorien rein zu bekommen ohne ganz einfach ihr habt ja vorhin gesehen was ich so gegessen habe am anfang das war diese post workout teller und ich war heute noch klein am ersten tag war ich mit marco in mannheim war ich beim asiaten ich blende hier oben mal das video ein das war so ein reisteller mit garnel das haben wir so abgeschätzt das waren circa 500 kalorien habe ich als 600 gerechnet weil wenn ich in der defi bin und ich draußen esse dann so wie ich es einschätze packe ich noch mal 100 drauf dass ich auf der sicheren seite bin ja das heißt wenn ich denke oh das sind 500 kalorien dann rechne ich mit 600 dass ich ja auf der sicheren seite bin so solltet ihr das auch machen also und ich zeige es euch jetzt mal kurz so hier ist noch das body media an oh halt boom body media im moment 27 verbrannt und ich habe dann 2700 kalorien also mit dem essen von heute da ist dann auch schon das ding mit einbekannt begriffen also wäre ich jetzt schon bei null wie gesagt der tag hat noch drei stunden und 15 minuten und ich muss ja in einer dreiviertelstunde muss ich los auf die arbeit das heißt ich komme dann ich komme heute so auf 3200 kalorien die ich verbrennen werde das heißt bin dann wieder so 500 im defizit ich werde es so halten dass ich 4 500 kalorien im defizit haben werde pro tag dann kann es mal sein dass ich 600 habe dann kann ich mir den nächsten tag hat man ein bisschen mehr leisten mal 300 ja ein tag ihr dürft nicht sehen der körper funktioniert nicht in 24 stunden ja ihr müsst es halt über eine längere zeit raus über die wochenbilanz sage ich jetzt mal so das war's erst schredded vlog vorbei wenn es euch gefallen hat daumen hoch weitere videos folgen ich muss schauen ich kann sie natürlich nicht täglich machen weil ich viel zu viel um die ohren habe so wie ich zeit habe werde ich sie raushauen wird natürlich immer das datum dazu einblenden bei stern tv genau bei stern also im internet damit ihr genau seht wie so der fortschritt ist ja das war's leute bis dann